Max, willst du jetzt nicht einfach erstmal das Schwein öffnen? Ja, das machst du mit dem Totschläger. Kannst du deine Hand bewegen mit dem Totschläger? Ja, probier ich. Dann musst du erstmal das Handy nehmen. Jetzt wird ein Schwein geöffnet. Dann hängt das Schwein an. Wo ist denn der Totschläger? Moment, viel Stress. Gib mir jetzt mal den Totschläger. Den hast du doch gerade. Irgendein Schwein an die Leiter, ich halte die Leiter. Okay? Ja, dass das irgendwie hängt. Ja, ich halte die Leiter an. So. Hände schwein. Ja, wer geht's? Vielen darm. Junge, 15 Euro, vielen darm an Flo. Hier gibt's vegane Pizza, ruf an. Sechs mit Tieren, ein Euro. Vielen darm. Bitte verführe den Kalos mit Havaluga. Den Koitus, lol. Chico Linux 549, die Haare müssen brennen. Und durch den Darm eingeführt werden. Vielen darm. Ehe Freiwald, ich grüße dich. Das ist ein ehrenwerter Twitch-Anhänger. Vielen darm für die Euro. wird die Beerdigung dann auf 24. Im 24 Stream stattfinden. Junge, okay, so jetzt wird ein Schwein hier. Okay, so. Vielen darm. Was? Wieso geht das so schwer? Du musst ein Dollar treffen. Na lol. Junge. Ein Dollar? Warte. Alter, das gibt's doch nicht. Ja, ein Dollar. Junge, das gibt's. Alter. Das ist ja der Sinn. Junge. Das ist schwer. Nein. Alter. Ja. Junge, warte, soll ich es mal hier probieren? Ja. Warte. Junge, das gibt's doch nie. Warte. Junge, das gibt's doch nie. Ah, das ist Loch drin. Das Schwein muss platzen. Junge, das kann doch nie wahr sein. Ich melde mich zurück in die Sache. Warte. Das gibt's doch gar nicht. Ja, weil, jetzt gibt's noch. Oh ja, weiter so. Da, ja. Ja. Huch, ach. Huch, ach. Huch, ach. Vielen Darm Jawoll, jawoll, weiter weiter Vielen Darm Vorsicht, bevor du das zerschlägst Den Inhalt meine ich So, wir haben es offen Kannst du den Kopf legen, Assistent? Vielen Darm Nimm mal bitte den Schlagstock Und schieb mich mal bitte wieder an die Bezirren Alter, was die Teufel Hey Junge Schieb mich mal bitte wieder an die Bezirren So, vielen Darm an Leo Mönig Das Schwein muss brennen Vielen Darm an Lotte Leserstein Leiner Winkler 1 Euro Ich piste Tabaluga und hoffe, dass bald schon auf Juno wieder streamen kann Vielen Darm Vielen Darm an Rammgirkschen 1 Euro Ich habe keine Ahnung, was das so zeigt Ich hoffe, der magere Bauchheder wird nicht nur auf den Kopf interessiert Nachtmauke 1 Euro Die Helle von Ueckermann Ach ne, nie wieder solche Wechsel bitte Bienenmalkerei 3 Euro Ich grüße Gehen raus aus Offenbach So, oh ii, was ist denn das? Ein Hündeknochen Bist du verrückt? Weg damit! Das stinkt ja übelst Dann gib den Jan die Tabaluga Dann gib den Jan die Tabaluga Dann gib den Jan die Tabaluga Dann gibt den Jan die Tabaluga Dann 박 cameras